Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon, äh, Oranium. Mir ist der Name gerade schon nicht mehr eingefallen, weil ich jetzt etwas länger nicht aufgenommen habe wieder. Äh, ja, ich wollte ja eigentlich, ähm, jeden Tag nur Folge bringen, aber das war jetzt eine kurze Zeit nicht so. Das tut mir auch leid. Schule, Arbeit, alles auf einmal. Und jetzt ist es heute auch noch 30 Grad warm, ey. Ich sterbe. Jeder, der ein Dachbodenzimmer kennt, äh, hat, der kennt das. Und es ist einfach so heftig warm, Alter. Ja, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, noch locker, äh, wärmer als draußen. Boah. Naja, äh, auf jeden Fall, ähm, sind wir hier in der Höhle stehen geblieben nach Route 2. Das weiß ich noch. So, ich muss erstmal wieder gucken, wie das geht. Ich glaube, unser zweites Pokémon ist tot. Jetzt fähre ich einfach so schnell wie möglich durch diese Höhle hier. Ja, soviel zum Thema, so schnell wie möglich hier durch. Mal wieder ein Trainer. Ja, ich bin immer auch gehypt von dem Spiel. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wann es die erste Arena hier gibt. Und, ja. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt mit dem Geloot töten. Geht doch. Und wie gesagt, es ist so heftig warm. Es ist richtig eklig. Die ganze Zeit ist das Wetter so richtig scheiße. Jetzt, wo schon fast wieder Herbst ist. Naja, okay, ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, bald ist schon wieder Herbst und jetzt wird es natürlich auf einmal warm. Muss man nicht verstehen. Aber, naja. Ja, das Wetter macht, was es will. Oh, komm schon. Sterb bitte. Ich weiß noch nicht, ob ich heute ein bisschen mehr als sonst aufnehme. Weil dann habe ich erstmal wieder ein paar Folgen auf Vorrat. Weil wenn man im Job ist und in der Schule gleichzeitig, keine Chance aufzunehmen. Heute habe ich mal frei. Deswegen kann ich auch ein paar Folgen aufnehmen. Boah, und mein Auge, ne. Das bringt mich heute um. Keine Ahnung, was damit ist. Das ist die ganze Zeit schon so richtig, weiß ich nicht. So, weil wir die EP brauchen, kämpfe gegen den hier auch noch. Oh, ne, der hat uns ein Rewife gegeben. Bill lieber. Also wären wir links lang gegangen, hätten wir keinen Kampf machen müssen. Na ja. Damit. Dagegen habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen, das bringt eh nichts. Och, Alter. Und diese Pokémon Spawn Raid hier in der Höhle, das ist echt übertrieben. Das finde ich ein bisschen zu übertrieben sogar. Schnell raus hier. Hoffentlich sind wir jetzt schon am Ende. Jo, sind wir sogar. Äh, die Leiter führt uns, äh, aus der Höhle raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind schon in der nächsten Stadt. Nice. So, die mir. Okay, irgendjemand, dass sie, ich konnte das gerade nicht so schnell lesen. Wo er es natürlich sofort wieder weggemacht hat. Erstmals Pokémon Z, dann damit, ähm, wir unser zweites Pokémon auch mal trainieren können. Weil es ist, ähm, vom Level her ziemlich weit im Rückstand. So. Hä? Hä? Zurück. Zurück. Ähm, Pokémon, da. Okay, es ist immer noch in erster Position. Aaron ist übrigens weiblich, hat der, hat mir einer in den Kommentaren geschrieben, das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das gefangen habe. Ups, das wollte ich nicht. Kommt jetzt schon die erste Arena, oder? Es leckt in manchen Stellen in dem Spiel, kann das sein? Hier geht es schon auf eine nächste Route. Ich weiß nicht, warum das hier so leckt auf, äh, in der Stadt auf einmal. Oh, was geht denn da ab? Das Action, das die Arena, okay. Oh, you are, you may be perhaps, here to see Maria? Oh my, you must be like me. I'm her biggest fan, oh, but she's Harley ever, was? Tenet, was? Okay, ich muss erst zu der Arena-Leiterin ins Haus einbrechen, ah, alles klar. Aber ich will erstmal wissen, was hier abgeht. Okay, Subway ist, äh, gesperrt. Also können wir da noch nichts machen. Was hat er gesagt? Südwest? Müsste irgendwo hier sein. Das sieht nicht so aus. Oder, warte mal, ich spreche sie mal lieber an. Okay, Südwest. Müsste eigentlich hier so sein. Irgendwo auf der linken Seite. Okay, das ist ein Hotel, das wird's nicht sein. Wahrscheinlich denn hier. Ja, schön. Wir bekommen TM45. Umsonst for free hier, Alter. Oh, nein. Ach, gut. Ähm, okay, hier ist sie auch. Oh, das geht noch weiter hoch. Okay. Dann hätte ich halt den Schlüssel nicht gebraucht. Nee, hier ist auch keiner. Meine Tastatur ist immer noch zu laut, kann das sein? Äh, ja. Der muss das hier hier sein. Nee, hier liegt Pokéball. Hä? Er hat doch Südwest gesagt, oder? Oder bin ich jetzt zu blöd? Dann gehen wir doch unten rechts in die Häuser. Oh, was ist hier? Hier sind wir nur ein Durchgang. Alter, was geht hier ab? Der muss ja hier irgendwo sein. Wahrscheinlich das letzte Haus, was hier ist. Alter, was leckt das? Es ist echt das letzte Haus in dieser fucking Stadt. Er hat Südwest gesagt. Hä? Das muss eigentlich unten links sein. Sie schläft erstmal. Erstmal vergewaltigen. Jetzt kann ich schon in die Arena, alles klar. Aber ich frage mich, warum das Spiel so leckt, Alter. Ich hab nix irgendwie offen, oder so. Was das Spiel zum Lenken bringen könnte. Stand hier eben noch nicht, oder? Was ist das hier? Sieht interessant aus, aber da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will in die Arena. Erste Arena hier. Jetzt will sie ihn anzeigen, weil er die Schlüsse kopiert hat. Er verpisst sich, der Fettsack. Er ist also ein Stalker. Alles klar. Nice. Erste Arena, Leute. Das geht nie ab, Alter. Was ist das für eine Arena? Normaltyp, okay. Was ist dagegen effektiv? Okay. Oh, Freshwater bekommen wir auch schon geschenkt. In der ersten Arena, Leute. Dann trainieren wir ja jetzt bei diesen normalen Trainern hier noch Aaron einmal. Und dann kämpfen wir gegen den ersten Arena-Leiter in dem Spiel. So, tausche ich natürlich aus. Nice, der Mucke. Ähm, ja. Ich hoffe, die Arena wird mich jetzt nicht so lange hier aufhalten. Also, ich hoffe nicht, dass ich jetzt beim ersten Mal schon verliere. Also, in der ersten Arena, das wäre natürlich ein bisschen bitter. Als ob das nicht gestorben ist, was? Ey, ist doch lame, ey. Nice. Wir steigen auf jeden Fall schon mal auf. Also, mit beiden Pokémon sogar. So, jetzt hauen wir wieder Aaron rein. Die Musik ist immer noch geil in dem Spiel. Wow, das haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Kommen mir gerade nicht so bekannt vor. Kann aber auch daran liegen, dass ich eine Woche nicht gespielt habe. Komm, das hältst du aus. Das hältst du aus. Nice, sogar verbrannt. Das ist immer ganz gut. Und schön wieder Glut draufhauen. Ja, ja, das macht natürlich Quick Attack. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ähm... Ja, das könnte halt ein Volk auch machen, dann bin ich weg. Bitte nicht, bitte nicht überlebt. Gut. Easy peasy, alles geplant. Gut, haben wir beide besiegt. Was, der hat noch eins. Läuft bei dem. Alter, was geht denn hier? Aber ich dachte, der hat nur noch... Also, das war das letzte, dachte ich. Muss ich wohl erstmal... Nein. Oh, zurück. Muss ich wohl erstmal Kai heilen. Oh, ich hab nix zum Heilen. Und das ist halt nur 10 AP, alles klar. Muss ich wohl das Threshwater einsetzen. Was? Alles klar. Das macht ein bisschen Damage, muss ich sagen. Na ja. Kai wird das schon mal machen. Tackle. Oh, heftig. Also, wenn ich jetzt schon nicht schaffe, den ersten Trainer in der Arena zu besiegen... Nennsehe ich schwarz. Oh, oh. Das kann gefährlich werden. Gut, dann heilen wir uns jetzt erstmal und holen uns super Tränke. Und ich weiß nicht, warum es hier so leckt. Spiel ist einfach zu OP, glaube ich. Die Musik ist aber, wie gesagt, richtig geil. Und bis jetzt muss ich sagen, das Spiel hat mich überzeugt schon. Die ganzen Pokémon, die neuen sehen relativ gut aus. Musik, wie gesagt. Design der Stütte ist auch bis jetzt ganz geil. Bis jetzt nichts zu bemängeln. Außer, dass es auf Englisch ist, aber da kann ich ja nix gehen machen. Ist das hier der Shop? Nein. Wo ist der Shop? Hat die Stadt kein Einkaufszentrum? Wenn ja, bin ich im Arsch. Mach doch, da. Bin ich blind? Wie kommt man da hin? Ach, da. Oh, nice. Da sind wir doch eben schon vorbeigelaufen, Alter. Ich bin zu blind, ne? Ich hoffe, der hat schon super... Nice. Er hat schon super Tränke. Fünf werden noch erreichen. Ähm. Reicht, glaube ich. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Es ist so heftig warm, Leute. Es ist so heftig warm. Typ. Typ. Gut. Dann... ...den zweiten Trainer in der Arena. Boah, ich schwöre hier vor mir hin, ey. Oh, heftig. Mindestens 30 Grad im Zimmer. Mindestens. Gut, einmal austauschen, bitte. Einmal bitte den Kai hier ins Game. Oh, ne? Bitte nicht. So, dieses Burpee, das werden wir wohl, äh, relativ schnell wegbekommen. Hoffentlich. Aua, das macht Damage. Was? Das macht dir überhaupt kein Damage irgendwie. Das macht die ganze Zeit Cricketick, Alter. Das macht so übelst viel Damage, warum auch immer. Komm schon, bitte. Ach nein, wenn ich jetzt noch sterbe. Gut. Easy. Tschüss. Liebes Burby. Level 7. Ach, die hat noch eins. Scheiße, ich dachte, die hat keins mehr. Das ist neu. Das ist neu, das haben wir noch nicht gesehen. Und das sieht auch mega nice aus. Muss man ja mal sagen. Also die Pokémon-Designs sind echt nice. Aua, bitte nicht. Oh, danke. Es ist zu warm zum Aufnehmen, Leute. Ich sterbe, Alter. Das ist echt extrem. Das ist echt extrem. Lol, Alter, das macht Damage. Das ist echt extrem heute. Sieht aus wie Pflanze. Sieht ein bisschen aus nach einer normalen Pflanze oder so. Warte mal, hatte mich das gerade eingeschläfert? Ich hoffe nicht. Ich fährt durch den Schlaf ein. Ja. Als ob... Habe ich irgendwas gegen... Nein. Ich habe nichts zum Aufwecken. Was soll ich jetzt machen? Ich greife einfach so lange an, bis ich wieder aufwache. Ich setze die ganze Zeit wieder Gena ein, Alter. Wie dumm ist das denn, bitte? Ah, jetzt setzt es Kratzer ein. Oh, sehr schlau. Was? Okay, es ist verbrannt. Nice. Easy. Tschüss, mit dir. Überhaupt nichts gemacht. Selbst beim Schlafen besiegen wir das Pokémon. Easy peasy, würde ich sagen. So, es ist doch trotzdem nochmal zurückgehen. Und dann sehe ich auch schon, dass der Part schon zu Ende ist, Alter. Dann müssen wir die Arena leider das nächste Mal machen. Das tut mir leid, Leute. Aber wie gesagt, 15 Minuten habe ich mir jetzt, ähm... Grenze gesetzt für die Videos, für die Parts. Und dann in den 15 Minuten haben wir einfach so gut wie gar nichts geschafft. GG, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Arena-Kampf. Mal schauen, ob wir unseren ersten Ohren hier bekommen werden oder ob wir eh den nicht verrecken. Bis dann. Tschau, Leute. . . .